Wenn du noch einen holst nebenbei. Ich krieg's ganz knapp. Hol noch einen. Dann wird's noch einfacher. Geh langsam, aber geh. Geh langsam, aber geh. Bitte. Geh langsam, aber geh. Bitte. Hör auf mich. Einmal. Die stresst sich da so rein, dass die links und rechts alles ausblendet. Komm her, komm her, komm her. Und mich nervt das dann. Komm her. Lass liegen, lass liegen, lass liegen. Ich hab's. Hab's nie. Mal selbst, komm. Hör auf. Geh raus, komm her. Ja. Wo sind wir hier drin? Ja. Ich soll raus, ich fühle mich nicht. Einfach aufreiß, kaputt. Die äffst du, ja? Hast du alle. Na, hast du nicht? Ich hab alle. Sieben, acht, neun, zehn. Hast du fünf? Rüber. Rüber. Die Buchstaben sind da. Fehlt nur noch das richtige Lösungswort. Feuertisch? Feuertisch. Nein. Weiß ich nicht. Gibt's denn einen Feuertisch? Ja. Für dich gibt's einen Feuertisch. Feuertisch. Nee. Tischfeuer. 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 Am Strand Tischfeuer. Nee, oder? Oh, warte mal. Wir müssen ein bisschen umändern. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Fisch. Fisch. Teuer. Nee. Schief. Fischäuter. Mann, nee. So viel am Reden. Nur Reden, aber keine Wörter. Du bringst ja alles durcheinander, Cecilia. Schein mir nicht ins Ohr. Irgendwann hat Cecilia dann so gemacht und so gemacht und dann bin ich durcheinander gekommen. Das kann nicht sein, dass beide dumm sind. Wenigstens zu hoffen. Einer. Einer. Cecilia, ruhig. Bleib doch einfach ruhig, ey. Fisch. Bleib ruhig. Früchte, Eis? Eis, Eis, Eis. Ei. Wir beten, wenn du nichtsiesz wer Mohammed ist toddler... Du play, mein Geruch eingekfeiert wurde. Fisch. Vielen Dank.